jo leute was geht hier ist wieder euer leons live und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar heute schon mal zu einem kleinen abonnenten special denn ihr habt ja gestern beziehungsweise heute je nachdem wann das video noch online kommen wird haben wir zusammen oder ich danke euch die 500 abonnenten auf youtube erreicht also vielen dank dafür noch mal für euren heftigen support es hat mich wirklich mega gefreut und deswegen dachte ich mir okay muss ich jetzt unbedingt mal ein kleines gewinnspiel noch mal machen es wird auf jeden fall noch ein richtiges abo special geben aber das dachte ich ist einfach schon mal ein kleines dankeschön für euch und zwar wird dieses abonnenten special jetzt alle gta online spieler betreffen die mich abonniert haben und zwar möchte ich gerne am samstag den 29 7 um 20 15 eine leons live autoball meisterschaft machen für alle die autoball nicht kennen welches ganz kurz erklären und zwar treten zwei spieler gegen ein gegeneinander an man muss einfach versuchen ein ball mit den autos ins gegnerische tor zu befördern und das werde ich in gta machen ich habe eine eigene map erstellt wo wir das ganze spielen können und darin würde ich euch gerne einladen und jetzt kommt das aller geilste freunde und zwar was ihr gewinnen könnt wenn ihr erster werden solltet und zwar werde ich an den ersten platz einen 30 euro amazon gutschein verlosen freunde ihr habt richtig gehört einen 30 euro amazon gutschein wenn sich das nicht lohnt freunde dann weiß ich auch nicht mehr weiter also definitiv auf jeden fall mitmachen ich werde euch jetzt die sachen einblenden die ihr dafür braucht um an dieser meisterschaft teilzunehmen und zwar benötigt ihr logischerweise einmal gta plus ein headset damit ich mit euch in einer party quatschen kann zweitens müsst ihr mit mir bei psn befreundet sein falls ihr mit mir noch nicht befreundet seid auf psn checkt die video beschreibung ab dort findet ihr mein psn namen einfach eine freundschaftsanfrage schicken schreibt vielleicht am besten dazu dass ihr von diesem gewinnspiel kommt oder schreibt sie in die kommentare damit ich eure psn namen habe ich weiß dass ihr wegen diesem gewinnspiel diese freundschaftsanfrage geschickt habt dann müsst ihr natürlich abonnent von meinem kanal sein also falls ihr noch kein abonnent von meinem kanal seid haut jetzt auf jeden fall ein abo raus wenn ihr dabei sein wollt dann müsst ihr natürlich dieses video unbedingt liken hier unter dieses video ein kommentar schreiben irgendwas dass sie dabei sein wollt und lasst euch einfach eure kreativ freien lauf rastet in den kommentaren richtig aus zerstört die kommentare auseinander ich will mega viele kommentare sehen ich hoffe ihr habt richtig bock auf diese meisterschaft ich persönlich habe auch richtig bock darauf gegen euch anzutreten und ich meine wenn man einen 30 euro gutschein gewinnen kann freunde einfach dafür dass ihr den ersten platz in dieser meisterschaft belegt ist doch ein mega geiles angebot meiner meinung nach außerdem was ich noch sagen wollte ich habe auch ein zweitkanal das habe ich zwar in den live stream schon häufiger gesagt aber da waren die meisten leute nicht am start also ich werde den zweitkanal auch mal unten in die video beschreibung packen und zwar der erste link in der video beschreibung da kommen die direkt zu meinem zweitkanal würde mich mega freuen wenn ihr den auch mal abchecken würdet denn habe ich mit einer freundin zusammen gemacht den haben wir gerade erst eröffnet da haben wir 20 abonnenten erreicht also wäre auf jeden fall cool wenn ihr uns da auch supporten würde damit glaube ich erst drei oder vier videos hochgeladen also unbedingt mal abchecken falls ihr da auch noch abonniert und liked wäre ich euch noch mehr dankbar okay der wald ist sogar 15 minuten zu früh von mir entfernt wenn doch wenigstens dieses blöde wetter nicht wäre aber ich bin ja auch kein kleines kind mehr ich schaff das schon was ist das hallo hallo wer ist das verdammt das ist lustig man ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne auf instagram folgen da wird es nämlich alle wichtigen infos zu dieser meisterschaft geben auch der link befindet sich natürlich unten in der video beschreibung freunde und ich merke oder ihr merkt wahrscheinlich dass ich wieder gerade völlig am durchdrehen bin aber ich habe mega bock auf dieses projekt ja ich hoffe natürlich dass ihr dabei seid wie gesagt nächste woche samstag den 29 7 geht es los ich werde dann kurz vorher auf instagram und auf youtube noch mal die ganzen teilnehmer preis geben damit ihr genau wisst wer dabei ist es gibt keine feste anzahl an spieler die teilnehmen können ich werde so viele spieler mit reinnehmen wie sich hier bewerben und je nachdem wie viele sich bewerben desto größer wird dieses turnier auf jeden fall werben ja und es war es damit auch schon wieder mit diesem kurzen video wie gesagt es wird noch ein richtiges abonnenten special geben das weiß ich aber noch nicht genau wann ich das machen werde aber ich werde es auf jeden fall noch machen freunde das verspreche ich euch aber das erst mal als kleines dankeschön für euren krassen support in letzter zeit und die ganzen likes die ihr raushaut das ist einfach krass ja und ansonsten hoffe ich natürlich dass ihr mega bock auf dieses projekt habe also wie gesagt abonnieren liken in den kommentaren ausrasten gerne den zweitkanal abchecken ja das war schon wieder was alles zu sagen habe ich habe nichts mehr an es übrig zu sagen außer ich habe fertig wir sehen uns dann hoffentlich nächste woche samstag bei diesen bei dieser meisterschaft macht's gut ciao und